Hallo, ich erscheine heute aus dem Nichts und möchte euch über die Leber-Nieren-Kur von Evalia erzählen. Wir haben jetzt einige Wochen den Leber-Nieren-Saft von Evalia gegeben, also wirklich schon eine längere Kur hinter uns. Und heute erzählen wir euch, wieso wir diese Evalia-Leber-Nieren-Kur eigentlich gemacht haben. Und zwar habe ich die gemacht, weil die Rabella ist im März zu mir gekommen. Sie hatte noch flauschiges Winterfell und sie ist dadurch, durch die Umstellung in den neuen Stall, in eine neue Umgebung, mit neuem Futter, mit neuen Pferdefreunden, hat das natürlich für sie Stress bedeutet. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Belastungen mit dem Fellwechsel und mit der ganzen Umstellung für sie jedoch sehr anstrengend waren. Und eben teilweise auch auf die Leber-Niere gegangen sind, weil die Leber und die Niere, die sind ja für die Ausscheidung von Giften zuständig. Also sind für die Entgiftung und Ausscheidung zuständig. Und genau deswegen war es mir so wichtig, sie zu unterstützen. Mir ist danach aufgefallen, dass sie im neuen Zuhause sehr, sehr viel am Salzleckstein geleckt hat. Und übermäßig viel getrunken hat, also wirklich sehr viel am Salzleckstein gestanden ist und ganz viel und lange getrunken hat. Was jetzt, ich bin froh, wenn sie viel trinkt, das freut mich auch sehr. Aber ich habe es einfach als Warnsignal aufgenommen. Ich habe sie beobachtet und wollte sie daher unterstützen. Es war auch so, dass ihr Fell etwas stumpf war. Mein Ergebnis, nur nach mehreren Wochen mit dem Leber-Nierensaft, ist so, dass das Fell sich wirklich bombastisch entwickelt hat. Also das ist sehr, sehr glänzend geworden. Sie fühlt sich sehr wohl. Sie hat sich in der Zwischenzeit super gut eingelebt. Sie ist super entspannt in der Herde. Und fühlt sich auch unter dem Sattel sehr wohl. Hier seht ihr einen kurzen Ausschnitt vom ersten Probereiten mit dem neuen Sattel. Rabella ist wie immer sehr aufmerksam und motiviert beim Reiten. Und damit das so bleibt, ist natürlich nicht nur der Sattel wichtig, sondern auch ihre Gesundheit ist die wichtigste Basis. Hier seht ihr nochmal das Fell, wie gut sich das entwickelt hat und wie ihre Mähne glänzt. Aber Rabella hat jetzt Hunger. Hier seht ihr, wie ich den Leber-Nierensaft von Evalia über ihr Futter gieße. Es ist ihr Frühstück gewesen. Und man reiche ihr nun das Frühstück und sie genießt es sehr. Und ich lasse jetzt Rabella für sich sprechen. Das wollte ich mit euch teilen. Und mit diesem super tollen Testergebnis möchten wir uns nochmal beim Evalia Team bedanken für die tolle Beratung, für die Unterstützung. Und wir möchten euch noch sagen, dass ihr euch mit allen Problemen immer ans Evalia Team wenden könnt. Sie beraten wirklich toll. Und man merkt einfach, dass ihnen die Pferde am Herzen liegen. Übrigens hat man in der Zeit von der Kur auch richtig gemerkt, wie sie entgiftet hat. Also es sind auch über die Haut so Stellen rausgekommen, wo man wirklich gemerkt hat, es kommt da jetzt was raus. Es entgiftet. Und dann hat sich das Fell super gut entwickelt. Also ich kann es nur empfehlen. Und möchte mich mit diesem tollen Testergebnis bei euch verabschieden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.